Auf drei, ja. Mhm. Jedes Mal kannst du die Ansage machen. Nö, will ich gar nicht. Darf ich die Ansage machen? Nee, du nicht. Matze macht die Ansage. Du willst irgendwie die Ansage machen. Nee, Matze macht die Ansage. Warum hasst ihr mich so sehr? Du bist der Neue. Du bist der Drittklässler. Nur weil ich blond bin und arisch, ne? Immer dasselbe mit euch. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Reicht. 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 Wir sind bei Splatoon. Der Matze. Der Tobi. Und der großartige Packs Challenge. Und ich. Und Serpil. Von Podouts Entertainment. Genau. Youtube.com slash Podouts Entertainment geht nicht, weil der Shannon Name umbenannt wurde. Also gib den kryptischen Code ein. Was? Ja, wir spielen Splatoon. Wir spielen Rangliste. Und wir spielen auf der Tümmler Kuppel. Links, links. Links, links, links. Einmal. Einmal Mensch. Ja, ich bin so schlecht. yoaha. Die Männer sind siktlich. Hehehe. Feiendes셔야. الفack. das ist ja dann ais vernichtet. Wall, hai, haaa kaputt. Tめ.. Tra-tқ. Tra-tata-ta-ta-ta-tок. Klingt viel beim mass attack ey. Na na, nack. Na na. Knocking on he pm's norm. Ei, í,i. heii. Du süßuuuu. Es war doch gar nicht drin. Demembergüster ist über Absicht. Jetzt Ihr auch tro cheeks. ich habe eingetötet aber der andere nicht getötet weil ich den eingetötet habe irgendwie logisch an irgendeiner welt ja ja ein multiversum mit jadley also gibt es auch ein multiversum in dem wir gut sind wer hat die tüten rakete abgeschossen wer hat es 22 am schild ich bin der der gute oder auch nicht immer mein ich wollte ja nicht sagen warum trägt man mit heim einmal die leute waren hier nicht nur zu dritt oder so ja und ja noch keine punkte doch ach so ach wir sind die andere hälfte nicht mehr gemerkt hat dass wir nicht vieler sind ich dachte die ganze zeit scheiße voll peinlich übrigens auch für die einstellungen die farbe halten dass du immer nur eine farbe bist das geht echt ich habe das nicht nötig fliederfarben fliederfarben ja ich habe das nicht nötig ich habe fliederfarben ein mango grün mango mango mann und wie ist sie ich mag ich liebe mit meiner waffe du wie ist die spätling alles vernichtend gefällt ja ja ich kacke die musst du aufladen und dann ist das war sie ja weiter du kannst das nicht kontrollieren weißt du das ist als würdest du die aufgeladen und alles auf einmal entladen oder das wissen nach der party was reden wir hier wir sind schon bei hammer nein bei hammer hi nein ich schon mache ich hier überhaupt ich bin ich hergekommen wenn du tobi der mondbär ja nicht als ob ich es wirklich wüsste es gibt ganz viele die die nicht genügend freunde haben oder anstelle sich mal alle zusammensetzen haben wir jetzt für eine komische farbe ohne scheiß es ist das ist halt echt nicht gut dass dass man zu dritt spielt so zusammen gewürfelt wird ja alles tut mir halt echt leicht für die gegner so und dann ist auch die frage wie aussagekräftig ist allein rang wenn du es muss es ja nur schaffen vier leute zusammen zu kriegen dann kriegst du haben durch glück schon einen rang man schwach von da oben nicht so runter du bist neke aber wenn man nur zu dritt ja aber ich finde da ist da ist schon die server ich meine wenn man gut ist dann schafft man das auch zu dritt nein weil wenn die gegner gut sind was machst du dann tatsächlich meine herausforderung ist besser sein das hat er mit dem einmal so holle annette die macht die haut jetzt gerade eine rakete aber auch einfach in seiner mitte getrefft ja annette die ist schon crazy annette mit den stars ihrer brille bestimmt eine ganz nette 38 jähriger kerl der ist tot oder hat jemand die splatling und von 30 kilometer entfernung auf mir raum oben auf dem trug in der mitte ja warte ich ihr habt ja schon was kämpfst du mit einer zwei person ich fast was gesagt hat mit nikibi zwei personen ist das ist der schizophren das weißt du nicht es kann ja auch sein dass das ist vielleicht eine konsole ist die er sich mit seinem bruder also teilt und einer sneak und anderes kippie machen ja manchen nicht wenn ich nüchtern bin bin ich nicht und wenn ich zu sagen bin die spiele jeder tüge das plättchen der ist einfach eine scheiße also so ich habe mit nick und kippie getötet ziel das ja weil die waffe voll die reichweite hat ja dieses rumgekämpfe von der nudel das finde ich echt nicht in ordnung ich glaube irgendwann haben wir gar keine gegner mehr weil die alle gar kein bock mehr haben weil die immer die ein punkt kriegen ich hab da so ein ding aufgestellt ne jungs so ein ding was ist denn ein scheiß dingens ja das wirst du nie erfahren ist wieder angehalten leute ich war gerade in der gegner schon base und hab ein bisschen du die du die gemacht haben vorbei da hätte dir was gesagt dass die hilfe braucht jetzt sind wir wieder schuld es ist die gesellschaft die schuld ein bisschen mehr konzentration hier ich bin so behindert ob erstmal ex du schnappel du stehst da immer nur irgendwo 8 jähriges sein kann ne leute wir verkacken ihren uhr ins halber können wir auch noch um zu spassen und so könnte man was hat mich gerade getötet so konzentration es ist noch alles offen und ihr tut schon gleich so ein die fresse ich habe schon gedacht dass man krisen leben ja das ist wieder spielen sehen ok ja diese was soll das eigentlich in diesen sekunden was macht das überhaupt was soll das bedeuten kann man jemand plasma ex töten irgendwie sterbt er mich mit seiner jacke ja vorsichtig haben jetzt gleich den punkt ey die sind so lange die noch nicht bei vier sind ist alles cool und ich bin ja laufen haufen und kann sie nicht finden so nick kippie annette fridoli jetzt war ehrlich nette ja das ist mir leid also ich dachte es ja erst das mal ex aber hat schon leute ich war gegen drei leute da so soll man zacken aus der krone gebrochen und mal hat sogar gehört dass man irgendwie so team namen machen kann das mit ab 14 was ja tobi du bist echt der profi wechsel ja du hast ja auch deine waffe gewechselt oder nicht dass er jetzt nicht deine frame waffen doch hat er ja das ist ja der geschichte ja das ist einfach scheiße dann muss ich mein gallo deko nehme die glitzer steine er ist auch der einzige der irgendwie die wache wechselt war schon wieder ich bin schizophrenen lachen mich ich auch ich auch ihr auch ich auch wir auch Bier auf und bis zu wie viel kann man diesen diese siegesserie eigentlich hochgehen also ich war mal irgendwie bei 16 oder so okay was ist man dann mega flunder na ich glaub mich ich glaub das steigt mich eben nicht mehr irgendwann dann geht mir was plus hoch also wenn jetzt sind die voll die hammer haie die hammer haie die haie mit dem hammer jetzt haben wir ein zähler aber keine gegner ja irgendwie weder haben die gegner und keinen zähler oder andersrum oh ich hab ich hab die ente ich spiel das dass das mp4 unten oh nein ich falle in die suppe mag das rennspiel voll ja das ist geil eigentlich wie gar kein spiel weil da nur musik läuft welches rennspiel ja ne ich glaub wenn du den den amiibo hast den den amibo den grünen dann hast du das rennspiel bei dem blauen hast du ich habe nur ich habe bei dem blauen das rennspiel gekriegt und bei dem ja gut habe ich dieses komische musikspiel gekriegt also es gibt das musikspiel dann dieses mit dem springen das kennisspiel das rennspiel und einmal dieses musikspiel aber ich habe nur wirklich dieses gewinnspiel wo man nach oben springen muss weil ich habe kein amiibo mein amiibo freund mein amiibo freund aber ich finde cool dass alle amiibos oder so gut wie alle amiibos mit mario maker fungieren wieso was machen die dann da kannst du den charakter dann auch im spiel spielen kann ich dann mal spielen ja oder link oder sonic einfach mal so mario level blasphemie und schon wieder ich dachte jetzt kriege ich mal eine folge hin ohne dass ich was kann dieser toby das dauert jetzt aber richtig lange die hat noch irgendeiner bock gegen uns zu spielen ja diese diese drei japaner die uns zu dritt fertig gemacht die suchen wir uns bestimmt haben wir verloren einmal war da ja irgendwas ja da war meine bewegungsströme auch noch aus ja jetzt kommen wir jetzt ausreden ist so seitdem haben wir kein match mehr verloren kannst du irgendwie noch mal ich weiß nicht kann man da jetzt irgendwas machen jetzt warte doch mal die 170 sekunden du könntest bei nintendo anrufen ja ich suche mir schnell bei whatsapp raus doch so dicke ok ok was machen wir jetzt noch mal versuchen oder nach eine private können wir zwischen klären ok patty macht auf ihn ja ich meine jaii 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 ist das offen aber jetzt man ist nie zu alt um scheiße zu sein kann immer noch nicht join irgendwie dein freund sucht derzeit keine spieler goldfisch oder was ja wäre das mit dem goldfisch ist cool dann würde ich sagen wir drei gegen tobi man das ist ja unfair da gewinne ich ja na operation goldfisch ich will auch bravo sein ja jetzt werdet ihr vertrautiert ach so scheiße wir spielen jetzt zusammen ich habe es einfach scheiße wieso war das nicht gewünscht tobi ok ich habe nicht gesehen dass wir beide zusammen sind also ich habe einfach wenn man auch da habe ich macht der schiegt wieder auf ich würde sagen du gehst auf tobi und ich gehe auf dich ok nein nico hat auf dich geschossen nicht matze so jetzt natürlich gucken diesen modus den haben wir ja nur einmal irgendwie angetestet äh wo ist das ding ich weiß nicht irgendwo in der mitte wahrscheinlich da wo das spiel dir das anzeigt ihr müsst das ding anschießen und indem ihr das anballert könnt ihr es dann für euch haben und wenn ihr das anballern explodiert habt und kann euren gegnern auch schaden zufüllen guck was genau so wow ich hab was getötet ey Junge macht mir den Weg klar mach ich doch ja hab ich gesehen ja hab ich gesehen vorbei nice wo scheiße fast so knapp aber die taktik war da ja das war richtig schlecht aber ich will das ding auch aufladen naja dann sehe ich dich nicht mehr wenn du untertaust da wollte ich mich immer noch leider oh was ich da ecke ecke was was da ecke oh maxi mit leider hier passiert ja was hinter dir trächt ihr mich ach ach wintel anfall haben vorhoch vorhaut und dort hat man das machte und durch ich habe mein sohn am mikro kann es mir mal verraten warum in diesem mensch dabei geholfen hast das ding zum platzen zu bringen habe ich von der seite aber da habe ich gesehen dass das nicht ausreichend habe ich gewartet um den einzigen und dann habe ich dann getötet dass das das war die taktik gesprungen du die du die du die lari fahren lali faridu bin unterwegs ich dachte es wäre es ja gar nicht ja lebst du ja ich mache dann ja scheiße kann ich hinter dir nicht weg von dem ding ich wollte ich habe gerade aufs gamepad geträchtig aber nicht total was so was tot ok nein wo schießt du nehme ich das auch ach so man muss erst die einkommen gerade war schon und das kommt ja was denn ich habe den ganzen weg gedudelt du hast mir nicht gesagt dass du modus bist habe ich doch komplett das muss doch reichen das enemy er muss dann das ding bitte ohne scheiß jetzt wohin muss das ding ich weiß das auf der karte bildet zu diesen dingen in der mitte dabei und für diesen aber da standest du doch ja ich bin abgeprallt ja wie gesagt ich habe keine ahnung was man hätte tun wollen ach so alles klar wo denn gucken aufs gamepad da siehst du so einen kleinen trichter kurz vor kurz vor der base ja ja schade wir hätten es jetzt eigentlich haben können diesen goldfisch modus man das dauert immer so lange egal weil er sich einen punkt gewonnen hat durch zeit der falls ist nicht mehr herrschaft herrschaft verstehst ich wollte mir das ja hier als gar nicht mehr antun ne oh scheiße doch die schaffen es noch wir schaffen es noch ja durch zeitbonus warst du etwa leichte nicht nico dass die hochgemust wo kann man hier bitte hier hier zurückkommen egal wir haben gewonnen scheiße hast du jetzt echt durchgelassen ich ja ja vielleicht so ein spacken aber wir haben der macht das mal bei unentschieden hat einer dann gewonnen nein wir das war nicht unentschieden wir waren halt einfach besser das kann ich nicht akzeptieren das müssen du akzeptieren müssen dann kann ich hier meine herrschaft der wache nicht wechseln herrschaft bei wiese möse wenn ich mal den tor modus machen das voll bescheuert den basten modus egal 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 wenn du jetzt über egal nimmst kann das auch ungleich werden lasst es uns ausprobieren ne doch na toll hallo das hat doch schon mal fast geklappt warum muss ich mich ja nicht mehr bemühen war wir haben ja eh gewonnen zack verloren waaas das darfst du dir jetzt ewig anhören lassen wir haben es ja noch geschafft das war ein gleichwert wir hatten genauso viele punkte wie ihr nein das kann nicht sein und man nicht mal mit würde könnt ihr verlieren oder so macht sich auch immer so unfair aber sieht euch mein riesen teil an was 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 tot den nicht nico heißen denn da mache ich einen angriff und dann bist du worden wird wie diese waffe hatte ja 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 bei wat auf seiner rote als wahrscheinlich unter laut versteckt sich in für stimmung liste man auch können na ich habeailleurs vor wei tropfen sich ganz kurz tot irgendwie aber war es ja gar nicht denn warum eigentlich nicht abgestiegen verstehen hat drinnen gott maut die heck in schere achtung was von oben zu präsen wir sollten mal das ding einnehmen wir führen das ding einnehmen so wie sich geboren jetzt muss ich das schon wieder kann ja das muss man mit den karten so was wollen wir nicht haben hoffentlich verkehrt sich das nicht alles noch mal angucken wenn er hat man mich gar nicht mehr los nicht also ich möchte mich für tobis verhalten entschuldigen er ist kein fester bestandteil des teams er ist noch sein unbezahltes kriegung färbt doch das ding weiter ein das sind doch mal rennt dahinter ich lande mit einem teleporter teleport und muss das ist ja auch mal eine gute zeit haben wir haben gewonnen wir haben gewonnen mit arsch stand ich kann mit solchen leuten nicht arbeiten kannst du mir mal zu gerne ins team geben eine andere waffe hallo und 93 etwas damit hier weil ich habe dieses gebiet eingefärbt ach so ja das ist ja gut gemacht damit du rumspielen konntest auch nicht turmkommando das scheiße das ist raus okay okay na toll jetzt jetzt komme ich aus aus diesem jahr warum gehst du dann auch weiter da war ich nicht gesehen ob man mal du schmackennappel jetzt bin ich auch bereit aber jetzt bin ich auch bereit können ja noch reinkommen ja aber wenn man zu privaten kampf wird hergestellt da glaube ich nicht nimmt am liechten kampf teil ok ja was machen wir jetzt können sie hier noch mal team ranked versuchen ja genau wir versuchen immer team rank der hat schon festgestellt dass wir besser sind als die beiden ich glaube ich so offen bitte was wie bitte wie also ich weiß nicht also so oft und wie leicht ich dich töten konnte ich habe eine beschissene waffe die war ich dachte die ist cooler nein nein deine waffe hat den beschissenen spieler sie dachte er war cooler das muss ich mir nicht geben jetzt machst du noch im lauf sei stark tobi sei stark sei stark sei stark ich brauche taschendücher 22 punkte wenn wir nicht der will einen der nächsten kampf geht es nächsten folge weiter also leichten teilen kommentieren abonnieren tschüss schon gestöhnen am ende da das ist das bleibt dann